Willkommen in Helheim, der germanischen Welt der Toten. Hier herrscht Hel, die Tochter des Loki, mit eiserner Hand, aber gerecht. Ihre Geschwister sind der Fenriswolf und die Midgard-Schlange. Diesen drei Riesen haben die Asen gegenüber Furcht gezeigt und sie aus Asgard verbannt. Hel gründete daher ihr eigenes Reich, hoch im Norden, wo niemals die Sonne scheint. Dort ruft sie alle Sterblichen, die der Tod ereilt, zusammen. Mit Ausnahme der ruhmreichen Helden auf dem Schlachtfeld, die nach Valhall ziehen dürfen. Hel ist von einer schrecklichen Erscheinung. Sie ist zu einer Seite menschenfarbig bleich, zu anderen schwarz. Ihr Wohnsitz trägt den Namen Elend, ihre Schüssel heißt Hunger, ihr Messer Gier, ihr Bett Sarg.